Herzlich Willkommen bei der Ghostwriting Agentur GWriters. In diesem Video schauen wir uns an, wie sie ihre Masterarbeit schreiben mit der Hilfe von akademischen Ghostwritern von GWriters. Dazu schauen wir uns zunächst an, wer denn die Masterarbeit Ghostwriter sind. Dann schauen wir uns an, wie wir die Kosten strukturieren und weiterhin, was denn eigentlich unsere Leistung ist, mit denen wir ihnen helfen können. Die Masterarbeit Ghostwriter sind absolute Experten auf ihrem Fachgebiet und haben mindestens einen Masterabschluss. Alle unsere Experten, die wir in unserer Datenbank aufnehmen, sind mehrfach geprüft. Alle Abschlüsse sind geprüft, alle Unterlagen und diese Experten haben bereits eine Schreibprobe abgeben müssen, mit der wir geschaut haben, dass sie wirklich Ahnung von ihrem Fachgebiet haben. Wir bieten eine absolute Qualitätssicherung an durch Plagiatsprüfung durch einen Supervisor aus dem gleichen Fachgebiet wie der Ghostwriter. Das bedeutet, eine Arbeit wird quasi im Vier-Augen-Prinzip erstellt. Ein Ghostwriter schreibt erstmal alles runter, dann wird neben der Plagiatsprüfung und dem Lektorat ein zweiter Experte engagiert, der dann das Ganze auch auf inhaltliche Richtigkeit noch einmal überprüft. Weiterhin sind die Masterarbeit Ghostwriter natürlich absolut diskret und termingetreu. Das stellen wir sicher und das stellt Ihr Projektbetreuer sicher, der Ihnen im Laufe des Projektes auch von GWriters zugeordnet wird. Zu den Masterarbeit Ghostwriter Kosten. Grundsätzlich sind die Kosten natürlich abhängig von der Erfahrung des Ghostwriters. Da beteiligen wir Sie auch gerne an der Auswahl. Weiterhin kommt es natürlich auch auf die Dauer der Masterarbeit an bzw. den Zeitraum, den der Ghostwriter hat, um das ganze Projekt fertigzustellen. Unterstützen wir Sie also langfristig in einem Projekt mit ausreichend Zeit? Ist das Projekt vielleicht sehr kurzfristig oder unterstützen wir Sie nur punktuell? All das wirkt sich natürlich auf den Preis aus. Grundsätzlich kann man aber natürlich sagen, je länger ein Masterarbeit Ghostwriter Zeit hat, um sein Projekt zu erfüllen, desto günstiger wird er den Preis auch anbieten. Weiterhin kommt es dann natürlich auch auf den Umfang an, auf den Fachbereich und all das ist für den akademischen Ghostwriter eben entscheidend. Je komplexer der Fachbereich und je mehr Leute aus einem komplexen Fachbereich für eine Leistung anfragen, aus der sich nur wenige akademische Experten finden, die auch wirklich dazu passen, desto höher wird natürlich der Preis und umgekehrt genauso. Was können wir Ihnen anbieten? Können Sie sich Ihre Masterarbeit schreiben lassen bei uns? Nun, Sie können sich vielleicht nicht unbedingt direkt die Masterarbeit schreiben lassen, allerdings können Sie sich eine Mustervorlage erstellen lassen, welche komplett legal ist und absolut diskret für Sie erarbeitet wird. Diese Mustervorlage unterscheidet sich natürlich nicht unbedingt in irgendeiner Weise von der eigentlichen Masterarbeit, allerdings ist es auch nicht unsere Aufgabe, dann zu kontrollieren, inwieweit Sie diese Mustervorlage benutzen. Sie können diese grundsätzlich als inhaltliche und sprachliche Hilfestellung für Ihren Masterabschluss benutzen und am Ende bieten wir Ihnen auch über die Mustervorlage hinaus an, dass Sie sich ebenfalls Unterstützung auf die Vorbereitung zur mündlichen Prüfung von Ihrem Ghostwriter einholen, durch ein gezieltes Coaching oder eben durch Telefonkonferenzen und alles nochmal gemeinsam besprechen können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem Video auch noch einmal näher bringen, wie wir von GWriters Ihnen unter die Arme greifen können, wenn Sie Ihre Masterarbeit schreiben lassen möchten.